Das ist ja kein Problem. Der dreht ein bisschen am Raddash, niemand. Moin Leute, wir sind wieder am Start mit Colfit mal wieder und wir spielen irgendwie Berries in Space von T-Boy. Sieht voll fancy aus. Hole in one. Machst du wieder eine hole in one Map? Ja. Theoretisch ist das eine hole in one Map. Eine hole in two Map. Nice. Geil. So, was haben wir hier? Ha, ha, ha. Ja, ja, ja. Kannst doch hole in one sein? Ja, ich weiß auch nicht, wie das hier gehen soll. Also hole in one ist Challenge. Ja, aber das hier, wie wird es das denn hier? A für die Map ist auf 74. Ich könnte... Oh, hier liege ich scheiße. Nicht fest genug, okay. Collision ist an, Leute. Das sehen. Ja, Collision ist an. Oh, kacke. Das sind wir noch nicht. Fettfingert hier. Von da vorne. Ich muss nicht verraten spielen. Und wie ich. Was machst du da überhaupt? In one wollte ich machen. So. Ja. Mein Gott. Jetzt sehen wir mehr, dass die Stärke nicht so gemacht hat. Ja, das wäre gut gewesen. Das wäre impressive. Ähm. Okay. Da kannst du so rüber. Ja. Da kannst du in eins da rein. Ja. Kamen. So nicht. Das sieht besser aus. Der erste war irgendwie so Dezent. Zu lasch. Ja. Wo zum... Oh, kacke. Der geht noch rein. Der geht noch rein. Mach den Scheiß. Ach, da war die Abkürzung. Ja. 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 Ich bin die noch mehr. Ah, komm. Das ist, äh, nochmal ein kleiner Unterschied im Level. Okay. Ups. Upsi. Das ist besser da liegen, ey. Das wäre noch gewesen. Oh, bis können. Vernünftiger spielen, glaube ich, jetzt hier. Oh, sehr knapp. Oh. Noch draufgekommen. Das war ein bisschen lucky, gebe ich zu. In drei. Jetzt versuch ich das hier. Zack. Ja. Und? Nee, musst du gar nicht. Kannst du... So, komm. Da is it. Hole in one in acht. Nice. Ah, was haben wir hier? Ah, da waren wir in das Loch. Ah, da waren wir in das Loch. Genau. Da können wahrscheinlich... Ja, könnte man wahrscheinlich. Aber da probieren wir jetzt nicht nochmal. Da hat es mittlerweile eh egal ist. Ja, komm, bleib zu misstlegt. In drei. Die hole in one in one Dinger kann man einmal versuchen, wenn das dann nicht klappt. Dann kann man auch den normalen Weg gehen. Seitdem ist es zu... Bei dem standen ist es mittlerweile eh egal, ich bin 13 hinten. Oh. 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 Ich verstehe hier gar nichts. Ach doch. Okay. Ja, und das ist das hole in one Dinger. Glaube ich. Das ist das hole in one Dinger. Das war zu feste. Egal. Nimm dich. Ach komm. Das war zu feste. Scheiße. Alles kacke. Find ich gut. Find ich gut mit dem Ding. Einfach auch mal den anderen eine Chance lassen. Ja, ja. Ist ja auch einholbar, wenn du ja immer einen rohen one machst. Das ist ja auch einholig für die anderen. Oh, noch zwei Schläge, dann bist du hier drin. Ja. Zack. Schön. Gar kein Problem. Hm. So nicht. Easy. Auch nicht. So. So. Oh. Der war nicht fest genug. so was kommt jetzt hier ist aber dann holen und machen sehr schön ich warte jetzt hier auf dem toto ach komm schorren mann ey oh war nicht festgemacht hab ich so das gefühl holz an warte mal annähernd fest genug verstehe ich erst mal was hier der plan ist nein nein ach komm schon so 3 glaube ich bin zu doof 4 kann ich zählen 6 ist einfach mal abgelesen ich glaube ich muss den normalen weg mal versuchen ja weiße mit der scheiße hier ne ein ja ok dann sind wir jetzt wieder gleich auf ist ja wunderbar ok dann bleibt auch spannend ist auch für die zuschauer angenehmer noch mal so sehen das stimmt das stimmt das stimmt das stimmt das stimmt holten wir jetzt zurück soll das mal räumen wir euch noch ein bisschen zurück team ne ich mach das auch in 3 so wie du ok ok kein Problem das ist ja kein Problem der dreht ein bisschen am Rad der Schneemann hat war und kam schon ist ja so nämlich ist ja ich weiß nicht wo er drauf geschlagen hat aber rausfliegen er hätte da nämlich auch gesehen aber ich habe nicht gesehen wo man draufschlagen muss ich habe schon volle pole gemacht und das war zu wenig und dann blöd liegen so in drei zwei zumindest ja nie ist klar ein bisschen fest da kaufen stein ja der thema ist euch schon auch schon wieder durch damit deshalb wunderbar den vielleicht wenigstens natürlich nicht weil einfach nein okay wenn man so ein bisschen kennt dann kommt auf die eier oder auch nicht in zwei wenn er den trick einmal kennst du tatsächlich aber auch nicht immer wollen wir keine eier da sind der trick an das ist der trick nicht so wirklich weiter sage ich mal so ach zu fest ich dachte ich mache noch mehr daran liegen 3 die vier ist okay über einen punkt auch noch passieren das richtig so schön gewesen in zwei hier ist auch schön aus und er sah schön aus ja vorsichtig nichts vor links junge was ist da los ich bin drin gar kein problem bin weg so gucken wir uns mal die konkurrenz an hier die steht nur am start ja irgendwie fliege nicht so ein richtiger moment dann bin platz ich war dann so ein bisschen kräftig gezogen und der erste moment war super bei mir das problem war dass ich halt aus der map hinten raus geflogen bin du bist du ich guck gleich auf wunderbar jetzt geht es um eine wursch ist es wieder spannend da ist das ei okay auch noch was du hast mich auch ausgehauen er hat mich geschobst ne du mich nicht war eigentlich ganz okay also ist jetzt kein holen mehr aber und zwar nein ok dann 3 4 5 ne ne ach Timo das war schon wieder das war eigentlich der Plan aber es wird aggressiv hier was der für Methoden was für Methoden ja hier weißt du mit Methoden nicht Methoden ja dein Boden mach schön bei dir ey was Methoden ja Methoden gibt es auch den Methoden auch so genau da hin und dann ist der drin ok ach komm schon ja der ist aber macht nix so da ist drei und dann geht er da rein muss man hier auch alles geben und so knapp ist das künftig aber zack in eins mach nach warts fest boah beim abschlagen schon gemerkt das wird nix ärgerlich hatte ja hatte ja einen Punkt gut dann kann ich mir mal erlauben ach sogar noch nicht kurz überlegen nix 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 ab 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 ist gut ganz einfach muss nur hier 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 muss man nicht hätte fester schlagen müssen egal in zwei immerhin ist ok doch ist gut doch ist gut weil das loch gilt als anderes noch recht jetzt ja doch einfach ganz leicht ja dann würde er auch schon auch gedacht scheiße jetzt ja jetzt ist der dino vorne ja das letzte loch jetzt oder was weiß ich nicht ich muss da rein da ist er rein da rein da ist er 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 rein da nein ja vielleicht geh weg beri so wenn er jetzt drin ist aber gleich wenn da nix mehr kommt ne ich hab schon einen versuch weg gehabt ja deswegen haben wir dann gleich weil ich war ja ein hinter dir ja aber so wie wir uns hier gerade beschieben also ich fand die map gut ja die map war gut ja auf jeden Fall ich hab zwar verkackt aber ich fand die gut so jetzt geht's ja ich glaub da passiert nichts mehr erster ja unentschieden ein unentschieden aufs finale genau mein Gott war schön war schön habe ich mit Absicht gemacht ja guck mal zwei mal 66 platze 1 und 2 platz 2 hat 82 und der speziell hat damit mindestens 83 oder bei der map wäre wahrscheinlich so 120 gewesen Frage ist wo ist meine Maus der Maus ist weg gut egal das war eine schöne map die hat Spaß gemacht könnte man irgendwann vielleicht nochmal machen oder andere von diesem berry ja wir wünschen euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag schönes Wochenende schönes schönen Monat schönes Restjahr was auch immer und sagen wir bis zum nächsten Mal ciao schöne Schicht tschööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Untertitelung des ZDF, 2020